Ja, meine Freunde, während ihr jetzt gleich das Video seht, bin ich schon gleich oder während das Video läuft, je nachdem wann ihr es guckt, live auf Twitch und spiele die Weekend League mit Füllkug vorne drin im Sturm, dem Player of the Month, POTM. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei, in Twitch unten verlinkt. Ich habe auch noch einen Bundesliga-Talk für euch parat, einen Werder-Bundesliga-Talk mit ganz vielen Werder-Themen, auch unten verlinkt auf meinem Zeitkanal. Jetzt viel Spaß bei dem Video. Ja, meine Freunde, es ist Freitag und Freitag ist natürlich Tipp-Freitag. Wir tippen den Bundesliga-Spielplan durch, die Spielplan, den kompletten Spielplan, klar, den Bundesliga-Spieltag tippen wir durch. Auch Fehler gehören dazu, versteht ihr? Ich finde das viel sympathischer, sowas drinnen zu lassen, als dann immer so Cut, 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 10 Millionen Cuts und so. Ich hatte gestern so eine Art Gespräch in sowas, deswegen, ja, sowas auch mal drinnen lassen. Macht einen einfach nur menschlicher, Menschen machen nun mal Fehler. Wir schauen gleich auf unsere Kick-Tipp-Tabelle an alle, die da mitmachen. Ihr seid Maschinen. Ich sehe immer die ersten Tipper. Junge, 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 was die für eine Quote da teilweise treiben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also immer mal ein Beispiel auch nehmen. Wenn ihr auch in die Gruppe rein wollt, natürlich einfach mal unten reinschreiben. Hashtag Kick-Tipp. Da müsst ihr mir eure Tabelle zuschicken und dann wird das Ganze auch. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz hier die Tabelle. Und die sieht so aus. Ostfriesen-Junge und Krake führen das Ganze an mit unfassbaren 110, 106, 105 Punkten. André auch noch dabei. Wahnsinn. Ganz liebe Grüße. Guck mal hier. Duxkuck auch 101. Boah. El Nurek 98 Punkte. Krass. Ganz, ganz crazy. Unser Werder Macker auch mit 96. Auch immer wieder am Start. Leon Alia. Ganz liebe Grüße. 96 Punkte. Crazy. Aber, meine Freunde. Ihr wisst ja. Man darf den Abend nicht vor morgen loben. Ähm. Nico ist auch wieder am Start. Denn, ich räume das Feld langsam von hinten auf. Ich bin mittlerweile auf Platz 40 gelandet. Habe einige Punkte gut gemacht. Habe jetzt mittlerweile 88 Punkte. Also, ich bin da von 100 irgendwas auf 40 jetzt in den letzten Tagen geflogen sozusagen. Und ihr seht auch hier, es machen hier immer noch auch sehr, 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 sehr viele Leute mit. Es macht auch wirklich, wirklich absolut viel Spaß. Freue mich immer wieder hier auf die Tabelle zu gucken, umzuschauen. Wie die Leute stehen. Und wir haben natürlich auch Späteinsteiger immer noch auch dabei. Die aber auch tippen und versuchen nach oben zu kommen. Also, äh. Ja, wie gesagt. Da könnt ihr auf jeden Fall alle sehr, sehr gerne auch mitmachen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch. Okay, jetzt aber. Schalke gegen Hoffenheim. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Kramer Entlassung rückt immer näher. Äh. Ich habe da überhaupt kein Vertrauen oder irgendwie kann ich hier Hoffnung für die Schalke machen. Äh, solange da Kramer auch genau ist vor allen Dingen. Glaube ich, dass, äh. Die Hoffenheimer, nachdem die knapp gegen uns verloren haben, trotzdem gutes Spiel gemacht haben. Viel nach vorne gespielt haben. Ähm. Dieses Spiel wieder gewinnen werden. Ähm. Und dann eben auch so ein bisschen vielleicht den Fuß draus schießen. Ich glaube, dass das ganze Ding 3 zu 0 ausgehen wird. Hoffenheim damit weiter nach oben klettert. Für Schalke sieht es unten immer düsterer aus. Ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Ich muss an der Stelle sagen, ähm. Ganz kurze Randnotiz auch mal. Ähm. Und zwar könnt ihr sehr, sehr gerne diesen Kanal natürlich auch abonnieren. Wir haben immer noch eine, äh, ja, fast 50%-Quote, wo Leute diesen Kanal schauen, aber eben noch nicht abonniert haben. Holt das gerne nach. Aktiviert gerne auch die Glocke. Äh. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Dann unterstützt ihr den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Und Kuss. Weiter geht's mit dem Video. Frankfurt gegen Schalke. Boah. Ja, schwierige Partien. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ähm. Kann ich ganz viel einschätzen. Vor allem, weil Leverkusen jetzt auch, ähm, Frankfurt gegen, habe ich gerade Frankfurt gegen Schalke gesagt? Frankfurt gegen Leverkusen natürlich. Äh. Weil Leverkusen auch in der Champions League jetzt so ein bisschen komisch gespielt hat. Aber man muss auch sagen, ganz, ganz crazy Schiedsrichter da gewesen. Diese Elferentscheidung für mich weiß ich nicht. Also Elfmeter 2 und 3. Ja. Hätte man auch mal nicht pfeifen können. Und angelehnte Arme bei einem Abseits-Tor. Ganz kurioses Spiel. Ich glaube, dass die Leverkusen unter Xabi Alonso aber jetzt erstmal weitermachen werden. Und das ganze Ding 2-1 knapp gewinnen. Ähm. Ich finde aber, hier ist das so ein Spiel, wo auch sehr, sehr viel möglich ist. Das ist in beide Richtungen viel möglich. Wolfsburg gegen Gladbach. Ähm. Ja, das wird jetzt hier sehr interessant. Die Gladbacher, die beim Derby wieder ihr Gesicht gezeigt haben. Sehr, sehr stark. Aber auswärts einfach nicht gewinnen können. Schaffen sie diesen Fluch zu brechen gegen die Wolfsburger? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Äh. Knappes, knappes Rennen. Aber am Ende Punkteteilung. Und ich glaube, damit sind vor allen Dingen aber die Wolfsburger noch am ehesten zufrieden, sage ich mal. Stuttgart gegen Bochum. Bochum jetzt angefangen zu punkten. Jetzt wird es sehr interessant. Denn bei einem Sieg von Bochum würde rein theoretisch, jetzt nur mal um euch das zu zeigen, Sieg von Bochum würde rein theoretisch Schalke und Stuttgart hinter Bochum wandern, die wir seit drei Wochen eigentlich als 18 festmachen. Also nicht nur ich oder ihr, sondern fast alle eigentlich. Haben in der Vergangenheit jetzt auch gesagt gehabt, okay, ein Absteiger steht jetzt doch eben nun mal fest. Und das ist dann, ähm. Also wir könnten vielleicht doch einen Absteiger haben, steht natürlich nur nicht fest, aber könnten vielleicht doch jetzt einen festen Absteiger haben, was man die letzten Jahre halt auch immer so hatte, so einen Platz, ja okay. Aber man sieht auch hier, das ganze Ding könnte jetzt sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, dass das ganze Spiel 1-1 ausgeht. Damit wäre Schalke auf 17, Bochum auf 18, aber mit einem Punktgewinn in Stuttgart. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Bei Stuttgart weiß ich gar nicht, was die Trainerlage gerade macht. Ich glaube, wir haben immer noch keinen neuen. Sieg daher auch sehr unwahrscheinlich. Ja, unentschieden. Machen wir mal, unentschieden passt. Ja, die Mainzer kommen zu uns. Das wird sehr, sehr spannend und interessant werden, wie dieses Spiel ausgeht. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, mit Ergebnis zu tippen. Fakt ist aber, mein Bauchgefühl sagt mir absolut, dass ich glaube, dass sie gegen die Mainzer gewinnen werden. Und ich glaube auch sogar, also was heißt ich glaube, ich tue mich da sehr schwer mit, zu sagen, dass die Mainzer ein Tor machen. Das ist so ein bisschen das. Und ich sehe, wo am Anfang ein bisschen rasiert. Ja, aber dann auch stark nachgelassen. Aus den letzten sechs Spielen fünf Punkte geholt. Ich will niemanden unterschätzen, auf gar keinen Fall. Und die Mainzer haben auch diszipliniert verteidigt gegen Leipzig, ganz klar. Aber ich glaube, sollten wir in diesem Spiel mehr als zwei Tore machen, wovon ich ausgehe. Also zwei oder mehr Tore machen, dann werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Und deswegen tippe ich hier zwei zu null. Ich hadere immer noch zwischen zwei, null, zwei, eins, drei, eins. Also ihr merkt, da sind so einiges offen. Aber ich glaube an den Sieg für uns. Das ist die Hauptkernaussage. Übrigens ganz, ganz crazy gerade. Wenn ich jetzt auf die Tabelle rüberschaue und uns einfach gerade auf dem Zweiten sehe. Eieiei. Leipzig gegen Hertha. Gerade schon angesprochen gehabt. Mainz diszipliniert verteidigt. Leipzig hat sich da sehr, sehr schwer getan, nach vorne hin irgendwie Lösungen zu finden. Ich kann mir so beides vorstellen jetzt. Entweder die Leipziger brechen jetzt mal aus und rasieren da gefühlt komplett, schießen die Hertha ab. Oder aber, und das ist eben auch absolut möglich, dass die Hertha es auch schafft, so einen ähnlichen Auftritt zu machen wie die Mainzer und dann eben vielleicht einen Punkt holt. Von daher glaube ich auch hier an den Unentschieden, Leipzig gegen Hertha, Hertha auch wirklich besser als wie der Tabellenplatz zeigt. Also ja, sind auf 15, aber spielen wirklich keinen schlechten Ball. Man muss nur halt irgendwann auch mal drei Punkte holen. Aber dennoch 1-1, glaube ich, kann man mit leben. Ja, Köln gegen Augsburg. Die Augsburger, die mich immer wieder faszinieren, weil ich nicht weiß, was machen die eigentlich. Wie kriegen die das hin? Also es ist schon ganz, ganz komisch irgendwie. Irgendwie, aber irgendwie klappt es ja auch. Von daher, ja, GG an der Stelle. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz kurios. Glaube auch, dass die Ausbrüche über kurz und lang trotzdem noch einbrechen werden. Und in Köln ist nichts zu holen, sage ich. 2-1 Sieg Köln. Muss hier auch noch hinzufügen. Köln jetzt ja auch in der Conference League da Quatsch gemacht. Aber ich glaube, in der Liga, da werden die jetzt wieder durchwurschteln, sage ich mal. Ja, jetzt kommen wir zum Top-Spiel. Union Berlin gegen Dortmund. Oh, sorry, Leute. Ja, okay. Union Berlin gegen Dortmund. Ganz, ganz schwierige Nummer. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier groß zu sagen sollen. In der alten Försterei, boah, ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Kann mir irgendwie alles vorstellen. Von unentschieden bis knappen Sieg. Irgendwie geht da alles. Aber ich glaube irgendwie, dass die Unioner das machen. Aber ich tippe jetzt hier mal mit einem 2-2. Mein Bauchgefühl würde ich eher sagen, dass Union das macht. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn Dortmund einen Punkt mitnimmt. Aber ein Dortmunder Sieg habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. An der Stelle könnt ihr natürlich auch alle eure Ergebnisse unten in die Kommentare schreiben. Ich gucke da auch immer so, was ihr so tippt. Und dann können wir immer am Ende des Spieltags schauen, was ihr eben so getippt habt. Die Bayern gegen Freiburg. Auch ein sehr, sehr spannendes Duell. Vor allem, weil die Freiburger in dieser Saison wirklich super, super gute Leistungen es jetzt gezeigt haben. Hier glaube ich tatsächlich an ein Unentschieden. Wird vielleicht mittlerweile fast schon langweilig, dass ich die ganze Zeit Unentschieden tippe. Aber das hier wäre so dieses, wo ich sage, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Freiburger spielen einfach wirklich einen guten Ball. Ich wäre schon sehr gespannt, ob die Bayern das schaffen, dann da so auszubrechen, sage ich mal. Und das Ganze dann da für ihren Gunsten gestalten. Ja, das wäre meine Abschlusstabelle nach dem Spieltag. Ganz viele Unentschieden diesmal. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Unentschieden getippt wie in diesem Spieltag. Aber ich sage euch eine Sache. Mit diesem Spieltag wäre ich ja mehr als nur zufrieden. Dann würdet ihr zwar ein absolutes Video bekommen, wo ich die ganze Zeit reinbrülle ins Mikrofon, dass wir Dritter sind. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall feiern. Also, jetzt eure Tipps in die Kommentare rein. Ich bin raus, euer Nico und tschüss. Ich bin raus, ich bin raus.